Herzlich Willkommen zurück zu Trina 5. Das wird ja hier gemeingefährlich. Ich will nicht mehr. Das Planetarium. Hallo, Hilfe. Also wir müssen quasi in die Mitte. Wir müssen da drauf, irgendwie. Ich mach dir erstmal den Weg, dann spring mal ganz schnell. Oh, okay. Du musst der Dicke sein erstmal. Dann kannst du das nicht. Kann ich eventuell, nee, kann ich nicht. Obwohl, warte. Jetzt macht er mir wieder den Würfel kaputt. Ich gehe hier. Nee, ich kann Trick 17 nicht benutzen. Schade. Ich hab gedacht, ich könnte das hier runterstoßen. Ach so, der Schalko von der anderen Seite. Ich schätze. Ich hab's aber trotzdem irgendwie geschafft. Keine Ahnung. Cool. Gut. Ich bin ja schon mal hier oben. Ach so, da warte mal. Da oben sind noch so Dinger. Ja, ich fahre mit der Achterbahn, wollte ich gerade sagen. Ich fahre mit dem Riesenrad, Planetenrad. Ja, in der Mitte ist noch einer. Ach so, stimmt. Danke, danke, vielen Dank. Warte, ich mach's wieder weg. So komme ich da nicht. Mit dem Kleinen kriege ich das irgendwie nicht hin. Ich weiß auch nicht warum. Weil du es nicht kannst. Jetzt drauf springen wollen. Kann ich nicht. Du musst ein kleines höchstens in der Mitte einfrieren, sonst geht das, oder? Ich kann auch so. Die Frage ist nur... Nein, nicht runterfallen. Ich halte dich hier an. Geh vorbei, geh vorbei, geh vorbei. Nee, 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 das geht nicht. Ich muss hoch springen. Ach Gott. Wieso geht das denn jetzt nicht mehr und eben ging es? So, jetzt aber. Hier, Ronny, Mo... Oh. Ach so, da ist so ein Ding. Tschüss. Erhangelt dich da rum. Ja, geht nicht. Das war knapp. Och, natürlich springt der wieder. Dieser Idiot, der kann einfach nicht springen. Ich weiß nicht, was... Warum hänge ich denn jetzt hier drauf? Weiß ich nicht. Was war das denn gerade? Ey, warum reagiert der jetzt nicht? Na toll. Hallo, ich hab dich nach rechts gedrückt. Hallo, ich hab den doch gerade. Nein, ich hab den gerade genommen und ich hab den Strahl hier drauf gemacht. Jetzt kannst du ihn nehmen. Ja, ich bin der in die ganze Zeit. Nee. Doch, hast ja gesehen. Ja, war klar, dass du mir nicht hörst. Wo bist du denn? Ich krieg es bloß nicht ein. Mann, das verstehst du nicht. Es ist doch eingefroren. Hallo, wieso bin ich jetzt der? Oh, nee. Wir müssen aber gleich nochmal nach links. Ja, Mann, das verstehst du noch mal nach links. Ja, Mann, das verstehst du noch mal nach links. Ja, warum? Weil wir die Sachen holen wollen. Einfrieren, einfrieren, einfrieren. Ach so, das geht nicht mehr hoch. Ähm. Ja, so nicht. Kannst du da oben noch drauf? Da kannst du doch bestimmt, da kannst du dich hochziehen. Ist doch bestimmt auch noch irgendwas, oder? Oder ist das für ein Karmisch vielleicht gewesen? Ganz oben ist auch nichts. Guck mal. Also, ich fahr hoch. Oh, ich fahr doch nicht hoch. Nimm das Riesenrad. Und fahr eine Runde. Weiß nicht, wo ich bin, weil du ja da bleibst. Oh, ich bin runtergefallen. Nee, da war nichts mehr. Gucken mal. Wo wir hier sind. Wir schauen uns den schönen Nachthimmel an. Wenn der EP hier nicht alles zerstört. Oh, ich glaube, da oben können wir nicht mal rum. Na gut, dann halt nicht. Die kannst du theoretisch kaputt machen. Ich weiß nicht, wie das muss. Vielleicht, damit man hier besser durchspringen kann, oder so. Du musst den anderen nehmen. Nee, du musst den anderen nehmen. Ich stehe auf der richtigen Seite. Wo stehst du? Ja, für die Dinger. Ich dachte, du wolltest auf den Teilen erfahren. Das Problem ist, ach da, da ist Rapunzel-Prinzessin. Oh. Nein! Ich muss aber da hoch. Hier, erstmal Speicher-Dings aktiviert. Ach, du bist jetzt oben? Nein. Hast du den bekommen? Ja, aber ich weiß nicht, ob da noch mehr ist. Nee, ich glaube, nur da oben drauf, das so, ne? Irgendwie hört sich das jetzt an, als wenn ich beim Chinesen wäre und irgendwie was esse. Da ist auch immer so eine Musik. Oh. Ich weiß nicht, wovon du redest. Nein. Also kann ich den nicht hoch machen? Weil ich das gerade blockiere, jetzt ganz normal. Hallo. Och, jetzt geht doch mal da weg. Lass mal kurz. Ja, das dachte ich mir. Mach das mal. Halte mal weiter drauf. Weiter drauf halten, weiter drauf halten. Ach so, dann kann ich da nicht. Nein, ich will einen anderen Pfeil. Wo ging das mit oben, rechts, links? Da. Alter. Das ist ja toll. Du hast voll drauf gezielt und es funktioniert nicht, ne? Ach, meinst du, es geht zu mir? Komm da rein. Können wir eigentlich schon machen. Ja, jetzt mach das wieder weg. Aber komm weiter rüber, sonst kommst du vielleicht nicht da durch. Wieso komm ich denn da hin? Weil das Ding runter geht gar nicht zu sein. Und ne, es geht. Ja, aber wir können das jetzt in Schuhe machen. Ach, wir haben keinen Dings mehr. Ich muss das nicht schlafen. Doch, doch, können wir doch, du kannst das von dieser Seite aus machen. Ne, kannst nicht. Ne, ich hätte unseren, den Geist, den Typen. Ja. Hä, wir kommen jetzt gar nicht mehr zurück. Hä? Wie soll das jetzt gehen? Ah, doch. Ne, da kommst du nicht durch. Wie sollen wir das jetzt machen? Das ist natürlich intelligent gemacht. Kann ich auch nicht hochschieben. Was ist jetzt los? Dann kriege ich das Ding natürlich auch nicht weg. Ich stelle es erstmal nach oben. Ach so, warte mal. Den Geist, wie konnte man den jetzt holen? Ach, dass der läuft. Wie ging das denn nochmal? Wie geht das denn mit dem? Ne, warte, sonst, äh. Ach, jetzt kriege ich das Scheißding. Mach du mal mit dem Magier das Teil weg. Ich mach den Geist. Ich will aber wissen, wie der geht, Mann. Kann doch nicht sein, dass das, dass... Die Tastaturbelegung... Warte mal. Steuerung der Ritter. Schwert, Schild, Shift ist anstürt. Prisma, Prisma Talis, Wann, Q. Aufstampfen ist F, ist... Es gibt keine anderen Dinger mehr. Hä? Benutzer. Benutzer. Kugeldrehs. Seide... Pontius... Ne, gibt's nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich höre eine A. Ja. Weiß nicht. Keine Ahnung. Hier macht uns das da. Ich kann mich aber nicht umändern. Och Mann, ey. Das steht dann natürlich auf der Fälschen sollte. Jetzt kommt der da nicht durch. Springen. Du musst springen. Spring mal. Alter, willst du mich hochspringen? Ich hasse sowas. Hä? Ich habe den gar nicht berührt. Aber gut. Ich höre kein Thema. Ich haue ab. Komm runter mit dem. Na, oh, willst du mich eigentlich? Ich... Nehmen wir das Ding. Okay, ich verstehe schon. Bleib erst mal unten. In der Mitte. Okay, weiter runter. Weiter runter. Achso, dann geht es aus. Warte mal, da sind immer noch zwei in der Mitte. Machst du die? Ja, ich mache es. Du machst erst das, was du gar nicht machen wolltest, damit du dann das andere machen kannst. Aber da oben war auch was. Da ging es durch noch irgendwie. Hä? Ich meine, man konnte da oben durch irgendwie. Da oben war noch eine Öffnung. Oh, achso. Ach, das bin ich gar nicht. Ich sag das doch. Ja, stimmt. Wenn ich von einer ganz oberen Kugel... Ja, ja, hier ist was. Ist da viel oder nur eine kleine Kamera? Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Hier oben ist eine Plattform, aber... Warte, ich versuch mal. Hä? Alter. Aber hier. Wir müssen da hoch. Ach, da hinten ist wieder ein Lichterrätsel. Ach du Scheiße. Warte mal. Ja, oder so. Äh, warte, 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 warte. Dann mache ich aber erst mal eine Kiste da drauf. Dann sind wir höher. Springen, nicht ziehen. Ja, hier ist schon mal irgendwie ein Strahl. Achso, da brauchst du wieder... Ach, da müssen wir doch von der anderen Seite... Der Typ... Nee, der Typ musste da wieder hin. Kommt der da durch? Äh, 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 weiß ich nicht. Nee, da kommt er nicht durch. Ja, aber rennen... Ja, das ist er doch gar nicht. Du bist doch jetzt mit deinem Echten da. Nee, ich bin doch rosa. Ich kann ihn auch hier hinstellen. Da ist er. Das Problem ist nur... Ja, aber wie ist das? Warte, wird... Ah! Nee. Aber wie willst du denn da durch, wenn der nicht rennen kann? Also, wenn der da nicht... Oder muss doch einer dann von der... Ach, es muss bestimmt einer von der anderen Seite dann da rein. Das müsste ich dann eigentlich machen, weil... Es sei denn, du machst das mit deinem. Hallo. Ja, aber ich komme hier gar nicht hoch. Da gibt es gar keinen Aufgang. Okay. Du willst du da hochkommen. Ist auch kein Hebel oder so? Nein. Das Problem ist, ich kann halt auch nichts machen mit dem Zau... Oder? Warte mal, schau mal in... Nicht. Ich doch, ich weiß, was man machen muss. Ah, scheiße. Ach, komm doch mal hoch. Ach, ey. Ja, was hast du jetzt gemacht? Wie hast du es jetzt aufgemacht? Ich bin sauberer. Ja, die Tür oder was? Ja, aber du kannst, glaube ich, nach unten, oder? Dann kommst du doch in die nächste Kamera... Kamera. Nee, wir sind da, aber... Da kommen wir mal hin. Oh, scheiße. Stimmt. Ja, ich muss hier dann einen Stein hinstellen, wenn... Äh, wieso ging das jetzt hoch? Weil das Ding hier ist? Ja, aber das war doch eben... Oh, scheiße. Der macht das kaputt, okay. Äh... Jetzt baust du... Nee, 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 warte erst die nächste Runde ab. Wenn er wieder weg geht, dann mach ich das da hin. Ach, du musst dich mit dem Typ mit dem Strahl draufstellen. Ja, ich weiß es, aber es ist so schnell, kommt es so weg. Halt den schon mal nach oben. Nee, ich mach das in zwei Runden am besten. Bevor das jetzt hier nach oben, ne? Nicht, dass das da geht. Ja, genau das. Oh, scheiße. Ist aber nicht schlimm. Ich bringe dir den gleich mit rüber. Bleib da stehen. Da musst du wohl schnell sein. Oh, das war krass. Hast du da einen Speicherbuch? Ich weiß ich nicht. Ich wechsle mal, du könntest auch... Äh... Soll ich weitergehen? Mach du mal den Magier. Leg du mir mal gleich, wenn er nach links geht. Oh. Hä? Ja, oder so. Schieb mich mal weiter, genau. Juhu. Ich bin immer noch nicht der Magier. Oh. Nein. 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 Hinter dir. Nein. Nein. Okay, das waren alle. Ähm... Ach so. Da könnte ich... ein schönes zimmer ich glaube das ist ein planetarium schaut es projiziert sterne und planeten an die decke tatsächlich ist nie ich kann auch das andere bewegen warte mal aber ich denke mal da oben das müssen wir öffnen dass da aber mit irgendwas andere mit was ruhten ja das ist unten der strahl links immer hier aber wie machen wir den linken ich denke ich weiß wie scheiße lasst mich mal den den dienst machen ach du jod mensch bleibt doch einfach verstehen kann man nicht doch veräppeln sehe ich nichts mehr kannst du den ein bisschen runter ziehen da hinten nur den linken ein bisschen drehen sondern dass er quasi so steht wie der rechte als nächstes das beruf oder kann neben dem mal was näher dran für mich dann ist der strahl weg hallo warte mal den in der mitte den kannst du auch noch ein bisschen bewegen aber der muss unten auf jeden fall dran sein wie unten dran ja unten dass das teil was da drauf liegt das muss dran sein sonst habe ich ja keinen strahl aber du kannst du was tiefer machen hauptsache unten das liegt dran ja aber tiefer bringt mir nicht doch macht die mal so tief wie möglich das mal los macht den anderen auch was tiefer ach so dass du bist ein bisschen an links und sind dort anlegen das in der mitte jetzt nicht so was soll das ja das war ich jetzt gerade sich bewegt hat ja oder müssen was jetzt gemacht ja ich bin habe ich bewegt wir müssen kannst du ach so vorsicht 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 kannst das drehen nach rechts das stört nicht den strahl oder oder kannst du das das bleibt aber nicht so mit fliegen ja mach das mal weg bleibt das offen bleibt offen kannst du das wieder jetzt sehe ich wieder nichts mehr ich muss auch nichts sehen hat funktioniert oder ja warte mal lass uns kurz oben gucken aber jetzt nichts mehr oben sehe ich ja leider nichts ob hier oben noch was ist der magier kann ich mir zumindest was hinstellen nein der ep will nicht dass ich ihn kriege was denn? den magier wie oft noch? ach ey ne ändert die perspektive auch nicht wenn du da unten bist was ist das denn ey? ne okay also wenn da welche waren kann ich sie nicht holen ne wieso schreibt der y? hm das dachte ich mir ach nein! mann! ja es würde gehen wenn ich hier nicht stehen würde ja nehm es bloß nicht an ja toll musst du anschießen aber mehr kannst hier oben nicht machen ja da ist nichts mehr hm wieso kann man dann doch hoch? ja da oben ist auch noch was aber wolltest du dich hier unten jetzt mal dranhangeln um zu gucken oder was? ne wollte ich nicht mehr Aua ey der kann nicht eine sekunde warten bis man mal was aufgebaut hat ne? das kannst du wahrscheinlich anhalten denke ich mal und dann denke ich mal muss das äh kannst du über die wand ent entfrieren da? ich dachte gerade wir wären jetzt hier niedergemacht dachte ich ja auch das sah eigentlich so komisch aus als wenn man da nicht durchkommt oh ja geil warum gibt es in diesem observatorium todesstrahlen? vermutlich wurde beim Angriff der Urwerkritter die Verteidigungsanlage aktiviert ja das ist ja geil da komm ich ja gar nicht rum alter ist das dein ernst? du musst auch da drauf nein du musst an den Haken ziehen achso ich kann da schon rum ok was ist jetzt passiert? warte mal irgendwas rechts mit dem Pfosten da ne ich kann es nicht einfrieren das einzige was ich machen kann ist die vorläufig hier hin machen damit du mal rüber falls du da rüber kommst ne es geht aber nicht weil es bringt ja nix kommst du da nicht hier in dem Moment macht sie so weg ernsthaft jetzt das ist jetzt nicht dein ernst gewesen ich kann man nur so ach jetzt stell den doch mal wieder hier vorne hin ne so hoch nicht tiefer ja ich muss den hoch machen weil der runter geht ja das geht nicht er geht aber auch nicht weil du da loslässt in dem Moment äh ach warte mal ne da komm ich aber gar nicht rum was ist denn wie können wir denn das Ding hier wegkriegen? oder kannst du da drauf schießen unten? wo da rechts auf dieses Ding wo ich nicht drauf komme unter dem Schalter hier habe ich doch probiert da kann ich nichts ich hab ich schon mal das probiert die Kugel muss irgendein Bewandtnis haben mit einer anderen kannst du die mal auf rein machen? ja die geht hier nicht kap... ich könnte... aber soweit kannst... halt die mal ja aber die geht weg von nur drauf geh das Ding dran ach so ja das geht ja sowieso dann hoch ähm das hab ich vergessen das hab ich vergessen warte mal eben aber so geht das nicht nicht wieder hoch wenn die drauf liegt oder? kannst du mal zu meinen klettern? doch doch die springt trotzdem hoch ja weil der Knopf unten hoch geht ach so äh mach das doch mal ach kannst du den einfrieren? ne weißt du warum ich den nicht einfrieren kann? weil das Feuer ist dann ist der voll... der... der Ding voll ja aber du kannst hier schlecht das andere geht ja direkt kaputt das ist ja das Problem kann ich die nicht kann ich natürlich auch nicht in eine andere Form verwandeln kannst du den mit C irgendwie einfrieren da unten? ne ne mit C festmachen ne ist mir die Helligkeit ja ähm warte mal warte mal warte mal warte mal komm mal mit hier oben hin das ist zu weit weg wenn ich da drauf dann falle ich runter die stellst du jetzt bestimmt ab oder? nö aber die blöden äh ach so gib mir mal den Typen kann ich den nehmen? äh äh dann geht das jetzt zu ach so den meins hier jetzt ich seh jetzt nur leider nichts wo ziehst du ihn jetzt drauf? äh warte mal das ist eingefroren das ist auch kein ne ne hier ist ein Speicherstein dann wird bei dir keiner sein, ne? ne ich muss so so barrieren erstmal hoch machen kannst du nicht hier rüber kommen? ich bräuchte mich ja nicht hier ja ähm warte mal aber du kannst den Hebel wirklich nicht noch oder hast du den gerade schon gemacht, ne? oder ich muss warte mal ich halte ihn mal fest ne ich kann ihn nicht mehr betätigen der ist ja ach wir sind doch auch blöd warte mal mach du mal den Magier und mach mir hier mal was hin zum springen ach so ach so warte mal ach das war ja doof und jetzt kannst du die nämlich rechts benutzen ne warte mal ach so ja wegen dem Pfeil meinst du kannst du den mal einfrieren da oben warte mal welchen Pfeil hab ich denn? und den oberen den oberen so alter warum kann ich hier nicht einfach äh ne ne uh sank boah ey okay mach mir jetzt auch nochmal'n strahl Hä, wofür sind der Strahl jetzt? Ist nix? Nö. Oh, wie viele denn noch davon? Was ist das dann? Das sind eindeutig ein Rubin und ein Smaragd und das dritte Ding kenne ich nicht. Das sind natürlich Planeten. Ah. Ach so. Dann mach mal den Roten nach rechts. Oder ich glaube, kannst du das hier mit links? Warte mal. Weil da machst du nur die Äußeren, oder? Links auch vielleicht den Inneren? Ja. Ja, nochmal. So, jetzt steht der auf dem Roten. Ja, aber die beiden Äußeren, glaube ich, dürfen da nicht sein. Die Frage ist nur... Ich kann auch nichts anvisieren. Nee, das Problem ist, wir brauchen den Strahl. Wie kriegen wir den Strahl? Ja, deswegen... Wahrscheinlich muss der... Ach so! Okay, so kriegen wir den Strahl. Ach, das war's schon? Ich glaube, ja. Okay. Geht schon mal weiter. Geht schon mal vor, du bist da... Du kannst kämpfen, mich nicht. Soll ich wechseln? Oh, nee, willst du... Ja, kämpfen kann ich mit keinen von den beiden. Ich kann nur mit denen kämpfen, wenn du hast. Ja, dann nimm dir doch auch. Mach mal... Ach so. Also komme ich ja nicht durch? Du musst springen und einmal so machen, zu Bums machen mit dem Dicken. Ich bin nicht... Ich bin nicht dick genug. Ich komme da nicht durch. Ihr Monster! Wartet mal! Die Urwerkritte... Schaffst du nicht! Schaffst du nicht! Ist sicher Valerius' Werk. Zum Glück kann sich wenigstens ein Zauberer selbst verteidigen. Vielleicht hilft er uns ja. Hier sind drei von den großen Typen. Hä? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Was soll man denn da machen? Ja, irgendwas... Warte mal. Was? Kann das sein, dass wir gar nichts machen sollen? Das sind vier... Warte mal, kannst du die entfrieren? Mit einem einzeln, mit einem Feuerfall? Ja, warte... Nee, Feuer... Feuer habe ich schon probiert. Nee, okay. Gut, sie hatte versteinert gesagt, aber... Ich meine, wir kämen da hoch, aber der Typ... Ja, aber der ist im Weg. Die müssen wir auftauen, irgendwie. War hier noch was? Nee. Warum ist das jetzt gespeichert worden, gerade? Ja, da hoch kommen wir. Das ist ja nicht das Problem, aber da oben... Wir kommen ja nicht drüber. Ja, mach mal alles kaputt. Achso! Ich habe eine Idee... Geht mir... Warte mal. Von oben drauf fahren, meinst du? Achso! Okay. Oh, warte mal. Das wird scheiße. Mach mal eine Schräge hin zu dem oberen da. Ja, aber das kriege ich nicht so nach oben. Äh... Ja, doch. Doch, wenn ihr die verbindest. Wenn ich bei... Warte mal, dann muss ich das aber anders machen, ne? Mache ich das hin von der Höhe? Ja, und jetzt machst du C. Also, verbinden. Und jetzt nimm sie. Kipse. Die fallen von selber um. Super. Das Problem ist, die liegen jetzt natürlich genau falsch. Nein, das passt. Geh weg. Alter. Ich habe gedacht, das geht nicht, weil das da unten so ein bisschen blöd übereinander ist. Was? Wir retten dich, Rapunzel. Danke. Äh, was war das denn jetzt? Du hast es mir kaputt gemacht. Wie immer, wenn du beide wieder deine Finger nicht bei dir behalten kannst. Ach so, wir müssen da hoch, oder? Ja, mach, hilf mir mal. Ich glaube, das war ein... Das war ein Speicherstein. Warte mal. Ach nee, wenn ich das unten wegnehme, ist auch scheiße. Oder soll ich dir was zum Hochhangeln machen hier? Ja, kannst du auch machen. Oh, nein, nein, nein. Hast du das? Ja, aber es ging nicht. Warte mal. Nee, krieg nicht, krieg so nicht. Kannst du die Platte da hinlegen? Mit dem... Ich komme nicht auf den... Kannst du die Platte da hin machen? Unten aber. Nee, oben. Da musst du da... Wieso denn oben die Platte? Weil ich da nicht hochkomme, so. Ja, aber das ist dann... Die fliegt ja runter. Warte mal. Ja, ich weiß nicht, wie viel Platz da oben ist. Das kann ich... Ja, so. Genau so. Na, nein, ich fliege mir drunter. Hilfe. Warte mal. Warte mal, ich muss ganz außen stehen. Siehst du die so? Äh, nee. So? Ja. Warte. Jetzt versuch mal, ich stehe ganz links. Oh, ich werde... Oh, nein. Oh, Mann. Äh. Hä? Was war das denn? Warte mal, hast du die Kugel jetzt da unten? Ja. Ja, toll. Dann kann ich das doch ganz anders machen. Oh, warte. Wieso, wir sind? Siehst du nichts? Siehst du die? Ja, gerade so. Warte. Nein. So, mach mal. Nee, ich kann sie nicht anvisieren, anscheinend. Warte, 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 warte. Also, ich sehe es eher so, warte, jetzt habe ich sie. Jetzt? Wieso komme ich da nicht hoch? Das kann ich dir nicht sagen. Wenn ich da rechts komme, dann... Hier ist der Gießkrank. Ah, so. Moment, Moment, Moment. Hier mag jemand pflanzen. Ja, red ruhig wieder weiter, das war so klar. Weil hier am Speicherstein ist das der perfekte Moment, wo wir jetzt erstmal einen kleinen Cut machen. Ich musste mich die letzte Folge auch in zwei Folgen erstmal teilen, weil wir schon wieder bei einer Stunde sind. Deswegen sage ich jetzt mal ganz schnell, wir sehen in der nächsten Folge, wie wunderschön man Pflanzen gießen kann. Ich wollte gerade sagen, die du jetzt nicht gießen sollst. Oder die Gameplayerin. Schade, ist kein Tee so. Ich kann mich jetzt hier nicht flachlegen, dass ich tot bin. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.